Ja, dort wo ich rumgesprungen bin, da bin ich dann schon mal vom Zug überfahren worden. Ich bin auf der selben Stelle. Ich bleib mal lieber hier stehen. Ist auch cool. Ich bin jetzt halt runtergelaufen, aber... Kein Zug da. Dort liegt meine Leiche irgendwo. Mit dem Schiff. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? ja weiss am schnellsten dort kleben dauert es wieder 4 minuten ok schmack da Willkommen zu dem Aesop-Vehikul-Retrieval-System! Willkommen zu dem Aesop-Vehikul-Retrieval-System! Willkommen zu dem Aesop-Vehikul-Retrieval-System! Your insurance claim has been sent. Your claim currently cannot be possessed, please try again later. wenn ich jetzt noch wüsste wie man das ein oder andere macht wie zum beispiel im space rumfliegen aber mann warten wir halt kurz um Das war's für heute. Never jump over the hotdog counter in Port Dressler, it's a prison. Please visit us again. Goodbye. 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 Bye. Mmmh, die ja sieht man auch. Welcome to the Aesop Vehicle Retrieval System. Echt. Keine Ahnung. Echt. Keine Ahnung. So, gibst du mal her her. Also mit dem Schild von dem Ding bin ich dann so nicht so richtig zufrieden her. Hanger 03. Es kann doch nicht sein, dass der hier mit einem Treffer direkt die Hufe hoch macht. Was sind denn das für... Was sind denn das für Raketen die er da abkriegt? Was sind denn das für Raketen? Was ist das für Raketen? Was sind das für Raketen? Was sind das für Raketen? Was ist das für Raketen? Ja. Das ist ja schön. Takt ob jemand bei mir noch gar nicht funktioniert. Ich muss jetzt mal hier gucken. Shields. Ja, Heat, Health, Power. Shields, okay. Venue. Safe-Status. E-M-I-R. Okay, das sind die Schilder. Oben, unten. Laufende. Höchste. Laufende. Verlangen. Donutver. Verlangen. Verlangen. Was macht ihn da? Self Landing oder was? All den Enden You are clear to launch Launch complete Launch complete Thank you Please visit again Launch complete Das receivers We are Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, my name. Okay, da ist es. Okay, come on, don't die. Okay. Yeah. Okay. 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 Ab nach Magda. So, jetzt probieren wir das nochmal her. So, jetzt probieren wir das. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist ein Wettbewerb. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh! 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 Ich mach's auch nass. Zumindest habe ich jetzt schon mal das komische Fliegen gelernt. Mobile Class. Was habe ich hier gekriegt? 4.000, okay. Engines. So, dann fliegen wir mal kurz hier runter. Gucken wir mal, was hier passiert ist. Okay. So, dann geht's. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Warum ums Verrecken macht der die Klappe nicht auf? Weil es denn kein Strom hat oder? Das läuft doch sogar noch. you Das war's für heute. Verrückter Kram. Verrückter Kram. Verrückter Kram. Nichts, das ist der Sander Schöpfe Dann ab nach Hörsten. Dann ab nach Hörsten. So, engines off. Engines are on hit. Aegis, not bad access. Action. Systems, breathe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann 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 wir laden das Ding mal ein ich bin ziemlich veräppeln und ich hab das Ding doch gerade in den Hangar gestellt naja, gut, dann warte ich die paar Minuten noch ab, dass ich mir die Hütte noch hab und dann logge ich hier aus, allerdings muss ich das ja auch niemandem mit angucken und damit beende ich das Video komisch komisch